recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft together alleine ja knolle ist nicht dabei knolle ist gerade out of order möchte nicht und kann man ja verstehen wollen wir auch jetzt nicht weiter darauf umtreten ja ich werde dann gucken dass ich jetzt irgendwie das alleine zu ende kriegt wir brauchen auf jeden fall ein eichensetzling will ich haben der ist ganz wichtig von denen müssen wir gucken dass wir den finden dafür müssen wir u-bahn fahren und ich will hoffen dass wir diesmal auch dahin kommen wo wir hinwollen ja zuerst machen wir irgendwie auch ich weiß gar nicht zurzeit dass wir die marke haus gehen wir hier lang dann müssen wir da rechts um zur u-bahn große dann steht der autoscooter ok gut der eingang zur das ist ein villager ich glaube hier war die u-bahn noch nicht oder wo war denn die u-bahn station hier ist ein sägewerk und die plantage reinigen ein stieg das war nicht in unserem haus von beläger das ist doch hier noch kleine farm stand da ich habe nichts zu essen mehr das schlechte ich muss was zu essen haben hier war doch irgendwo eine bobe an der station meine herzchen gleich aufgebraucht ne so ein shit ich muss hier ein paar möhren essen darf ich das weiß ich gar nicht okay ich habe erstmal wieder welche angepflanzt und die er sich auf dann geht es mir wieder gut und ich glaube damit müsste jetzt auch die herzen wieder wachsen genauso ist es so da ist die u-bahn station oder ja das ist er so da irgendwie passend den weg finden blumenwolle lagerraum aber da ist jetzt doch nicht zufällig auch weiß baum bei meiner main das ist ein laub sonst ist da nichts bei naja gut geht auch noch mal durch zu fahrschein hier gelöst zu den anderen gleisen da ist meine lore so richtung hölle richtung abfahrt was das gar nix so den linken habe ich gemacht und fahr ich jetzt in die richtige richtung ich glaube nicht oder ich weiß es jetzt wieder nicht mehr hier bin ich noch nie lang gefahren oder oder doch ich weiß es nicht müssen wir mal schauen wo wir da raus kommen oder ist doch richtig ich kann mich nicht erinnern wie das da aussah auf dem wegflasor umgebaut worden kann ja auch sein hier rechts kenne ich nicht drüben da sieht aber komisch hier aus wo bin ich denn hier erstmal gehen wir erstmal raus gucken hier geht es doch hoch oder ok hier bin ich irgendwo in der wüste da war ich letztes mal auch schon glaube gut hier bin ich vorgefahren das heißt ich kann ja mal gucken wo es hier weiterhin geht oder da passiert nichts ok jetzt haben wir hier lang und ich weiß nicht wo lang also es geht hier sowieso nicht lang weil da noch nicht alles richtig gebaut ist ok tja ja hat keinen sinn ich habe jetzt die lore da weggenommen ich hoffe irgendwer macht das nachher dass ich dann wieder da weiterfahren kann ne ok ich komme wieder zurück auf jeden fall das ist ja schon mal was ne schau mal dass wir den weg wieder zurück finden und ich habe den linken button geklappt also der war schon mal nicht mal schauen welcher der richtige sein könnte ne ja das ist jetzt wieder gleich draußen irgendwo das stück lang fahren oder ja hier ist draußen ne oder ja ja ok ach das ist noch so weit so jetzt hat er hier angehalten jetzt habe ich einen fahrschein gelöst und jetzt muss ich hier rüber das ist aber nicht das was ich brauche habe ich etwas falsch gemacht ne ich glaube jetzt kam sie ja so jetzt probieren wir das aus und gucken wo wir hinkommen ok kam ich von hier oder nicht ich weiß es nicht mehr ich bin von hierher gekommen denke ich mal da ist eine alte station und der fährt da nicht durch ne oder doch der fährt durch ich glaube dann könnte das jetzt richtig sein oder ja ja doch ich glaube hier bin ich hergekommen oh was haben wir getan ok nochmal geklappt ne haben wir glück gehabt ja ich glaube hier ist es auch wo ich war wo ich angefangen habe ja das sieht doch danach aus ja warum ich das letzte mal nicht gewundert weiß ich auch nicht da ist die karte die nicht fertig gebaut ist so dann sind wir hier richtig da geht es richtung wohnwagen dann müssen wir mal gucken hier geht es rein Tür zu damit es nicht zieht und dann ab in den garten und dann müssen wir gucken wo wir die dinge herkriegen ja der michael hat ja geschrieben dass man vier von den eichen braucht damit die wachsen ne ich weiß gar nicht ob das hier eichen sind auf jeden fall stand hier eine wo ich hier auch wo hier der einzelne ist ne tja jetzt nur die frage das ist das richtige ich weiß nicht ich weiß auch nicht welcher baum hier der richtige baum ist oder nicht das ist nicht der richtige sitzling die sehen alle irgendwie so gleich aus die bäume hier kommen die irgendwann mal so was raus wie so ein sitzling tja tja achso da müsste ich vielleicht die axt mal nehmen ne und was war dat schwarzeichenholz hab ich 10 aber das war kein schwarzeichenholz nein ist das für ein baum ist auch nicht wo finde ich hier eine schwarzeichen das ist doch auch keine hier ne oder sind das schwarzeichen ich glaube das ist ne akazie gewesen oder hier akazie war das ich glaube die muss ich jetzt mal weg machen damit das hier ordentlich ist ne das verschwindet das verschwindet ob nachher von alleine da geht es aber tief runter ne kross ich brauche eine schwarzeiche ein einzigen noch das sind akazie glaube ich so so weg damit brauchen wir nicht was ist das ist auch jetzt nicht das ist meine schwarzeiche ne ich weiß nicht was akazie 5 eichenholz ist das eichenholz nein hä ist nicht mehr geworden oder haben wir es nicht aufgehoben aber wir haben es nicht aufgehoben schwarzeichenholz das ist ne schwarzeiche krieg ich das irgendwie hin ok das holz kann ja erstmal ne krieg ich das auch runter dann fällt auch mal noch ein setzling runter so nix bisher ich hab ihn aber geht gern noch mehr drei ich glaube ich brauche noch zwei ne da ist jetzt nichts runter gefallen mehr oder außer das holz sonst ist nichts runter gefallen da ist noch so ich brauche noch einen einen werde ich wohl noch kriegen oder ist das so ein an da ist noch ein drücker ohne hier liegt keiner shit ok das bedeutet ich werde wohl noch irgendwie einmal so einen doofen kriegen oder hier nicht das ist das ist das es ich ich werde auch tun das ist es So, kriege ich den noch irgendwo abgepellt. Fünf. Reicht. Ab. Jetzt will ich wahrscheinlich nicht mehr nach Hause. Ist hier irgendwo was zu erkennen, wo es sein könnte. Aber in diese Richtung auf jeden Fall nicht, weil da wüste ist. Ich glaube, da müssen wir in die Richtung. Jetzt habe ich einen sechsten auch noch gekriegt. Du glaubst es nicht. Okay. Ich gehe mal von aus, dass es diese Richtung richtig war, oder? Ja, da ist es alles gut. Klappt also. Sollten wir da noch hinkriegen, oder? Der Weg geht hier lang. Und da ist was. Da ist der Wohnwagen. Alles gut. So, dann finden wir auch zurück. Hier ist auch Schwarz-Eiche, ne? Ist da was ins Wasser gefallen? Oh nein, ne? Das ist krass, ne? Es fällt keiner runter. Ich habe nur sechs. Ja, okay. Ist halt so. Reicht aber. Vier sollen es sein, hat nämlich gesagt. Ich glaube, zwei haben wir wenigstens. Das würde bedeuten, wir können zwei Schwarz-Eichen da hinten pflanzen. Wir wollen behoffen, dass die auch angehen. Und dann können wir ja wieder weiterarbeiten, oder? So. Ich glaube, jetzt müssen wir ja ruhig. Tür zumachen, sonst wird da mal kurz sauer. Gut. Und dann zur U-Bahn. Oh, ein Geräusch. Wir können noch mal gerade ein paar Wurzeln essen. Obwohl, wir haben Apfel, den können wir auch essen. Okay, das sind Kartoffeln. Die können wir auch in den Ofen vielleicht stecken, ne? Oder? Kann das sein? Jetzt U-Bahn. Gut, dann gucken wir zu, dass wir da hinten wieder hinkommen. Fahrkarte hier bitte ziehen. Haben wir gemacht. Und dann... Ich glaube, zu Balkon hier müssen wir fahren, oder? Ich will es hoffen. Auf geht's. Jetzt geht's. So, halbes Herz wieder voll. Ja, der Weg ist schon mal der Richtige. Gut. Das heißt, wir haben die Schwarzeichen. Wir müssen gleich zur Kathedrale zurück. Und dann... Ja, was dann? Rote Frage, ne? Die Schwarzeichen wachsen dann. Wollen wir hoffen schnell. Tun sie aber bestimmt nicht. Wird eine Weile dauern, ne? Hm. Gut. Warten wir gerade noch, bis wir an der Station sind. Und dann, denke ich mal, soll es für die Folge auch wieder reichen. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.